hätte ich jetzt nicht nehmen müssen machen wir hier wieder eine reihe das wird schon das wird schon jetzt wird schon jetzt das wird richtig lustig der ist dann auch gegessen glaube ich und es wollen dann noch wieder welche ich weiß es nicht aber aber kann auf minen minen braucht das land auch der mann fertig eine kleine runde mit leid mit den untoten aber jetzt perfekt den muss ich jetzt aufheben weil wenn ihr so ein tür zum bekommt kommt ein tür zum und währenddessen horte ich soll ich denn anders sonst naja ja 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 wir beim telefonieren ja 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 man schaut jetzt richtig synchron hier aus mit meiner welle hier wir können hier mal auch einbauen ja sehr schön so jetzt kommt die erste welle jetzt bin ich mir gespannt was haben wir denn also nehmen wir mal hier noch eine bombe ja schaut jetzt eigentlich ganz gut aus kein türzombie was machen wir denn da nur was machen wir da nur warten 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 die reihe ist ich warte ja ich war aber ich setze mal schon mal einfach hier eine rein weil trotzdem wissen sehr stark bin ich und wir können sicherlich noch mal ein gleich setzen wir haben ja echt sehr viel punkte geholt und das kommt hier diese springer schon so ja schaut gut aus mit bomben wir ernten unheimlich viel es geht auch ohne cheats lieber wenig die türen so ein bisschen schon normal füllt sich recht schnell und wir haben in jeder eine reihe eins und wir können jetzt jubel jubel mit was anderem kennen diese reihe wird fertig gebaut und wir haben auch minen wunderbar jetzt von der türzombie alter späte mal zur sicherheit zu mit dem weg weil es ist nicht mehr so synchron aus ich habe jetzt eigentlich was vor den hier zu bauen kann ich denn endlich bauen will ich ja gar nicht sollten keine gräber getötet werden diese folge sollten keine gräber sterben er sagt bisschen more money 5000 für den nächsten slot wollen das brauchen wir wieder bombe bombe brauchen wir nicht also was brauchen wir denn wir lassen es jetzt mal so wie es läuft noch hier wenigstens eine von ich hätte gerne hier eine aber ich habe momentan nicht genügend einfach nicht genügend oh hey sonne dann kann ich hier nochmal ein paar oh wir brauchen eine Wollnuss unbedingt hat er schon mal drüber gehüpft die rosa mal aufgehalten da die Nacht finde ich recht gut besser als der Tag nom 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 oh sonne ja dann mache ich die reihe gleich mal wieder voll oder das halt okay mein freund weg schatzte ja so schick von aus und der stirbt jetzt jetzt kommt noch mehr welle oder ja gut aufgehalten so jetzt warte ich mal ob neue gräber entstehen naja ok hätte ich vielleicht neu machen können die kenianer so machen wir noch mal eine reihe walnüsse oh das brauchen wir jetzt nicht momentan außer hier jetzt wenn dann mal was kaputt geht hat ein zombie kaputt gegangen oh oh die haben sich durchgefressen oh 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 ok das war's schon dann ein einmal nach wow ein einmal nach was haben wir denn da drin super super bern aber nach keeps track of all plants and zombies you encountered also wir können jetzt in diesem buch nachschauen welche zombies wir schon gesehen haben und welche Schwächen wahrscheinlich sie haben oder stärken also zum Beispiel können jetzt unsere Pflanzen sehen hier es gibt glaube ich 49 Pflanzen ähm ja das sind die die wir da schon gefunden haben und oberleid zum sowieso jetzt nicht sein könnt ich gleich zurückgegangen ever play a game called wake a zombie wake a zombie ich glaube man muss mit einem Hammer aufhauen it just like hunting squirbers you know the very little rodents that the dick hoes in your law gott yeah just like said but instead of squirbers it's dummies and instead of a shovel it's armored oh nein it's instead of me it's you so wir können drauf fahren bumm einmal drauf fahren aber das ist nicht so einfach also Reaktionsfähigkeit ist da gefragt und wenn dann meine Maus nicht zu sehr spinnt ist doch albern oder das ist das ist klar dass Rane das mag und liebt ich auch es kommen mehrere Gräber so jung 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 ich mach Level 2 auch noch fertig dann hab ich einiges an hochzuladen das war jetzt nett super hey jetzt kommen zwei raus ha 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 ja hör auf mein Grabfresser zu essen gut es wird lustig können wir uns auch bauen und minen werden wir uns jetzt gleich bauen dann wird zweimal draufschlagen gedrückt wird wird Mieter wird Göttan 8 Mann 8 Mann will immer noch helfen am wo beim Bärktur wie geht wir copp die tippt ja ich will jetzt gleich wieder auch von den Schrauben Koko Koko Kopp die Titel um also es ist möglich Tom B in ihren Gräbern wieder in einer Suche Prozent werden das muss man drei Schläge machen ich schlag mich durch das war ja billig was habe ich hier ich habe die Hypno die Hypno Pilz das ist so make a zombie fight for you das heißt wenn du es pflanzt dann kehrt der Zombie um und frisst die Zombies das ist natürlich nicht schlecht vor allem weil jetzt diese Football Zombies jetzt schon kommen Walnuss dit 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 das obwohl das hätten wir andersrum machen können ja da nehmen wir mal die Hypnomaus nein die Hypnomaus die brauchen wir jetzt nicht mehr weil ja keiner der mit der Tür kommt so der braucht zwei Hildenrotz der ist Claire Kraftfresser muss jetzt nicht unbedingt sein Sprenger und der Esser das ist ja langsam aber wir nehmen den jetzt mal an mit der die Fertzahre die Anjahre in es hat Anbieter Anjahre es ist die Musik am Schluss dann wenn es hat zahlt B Anjahre es ist uns von der Schiene Musikstie die Hau muss sie gehen und dann sind wir halt einfach hier irgendwo hin muss nur gehen perfekt ist perfekt was es ist richtig so menschenfresser zombie fässer die Kürtel rekturiert die Hypno das ist lustig wenn man so einen so eine kommt so ein Basko-Football Zombie ja ja das haut richtig aus dem Reinen Prozent 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 noch geht es alles gemütlich zu altzombies sterben und das tut mir nicht leid so okay das ist jetzt gesetzt das schaut gut aus naja schaut scheiße aus aber also danach jetzt keine dass sie einsetzen in dieser Lücke und freut sich sehr gut weil ich bin ein musikalisches Let's Play wie Walt Disney die singen auch die ganzen Tag oh Freude oh ne der unten jetzt kommt der Alter Alter das ist ich brauchte noch mal so viel give me give me diesen hier diese mal los ja ich hab sie gesetzt zum richtigen Augenblick und jetzt kann ich immer so richtig schön knacken Gott ich komm ich komm ich komm und jetzt hat mir diese 5 in die falsche Richtung nom 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 hö 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 ich laupe durch die Reihe durch hö 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 wir werden aber leider geopfert wie es dumm und zurückläuft das ist ja dumm okay ich habe meine verteidigungslinie echt gut aufgebaut wieder das ist gut das war schlau von mir gedacht er hätte das dann gedacht wenn noch mal so einer kommt habe ich ein Hypnopilz oh mein Gott jetzt ziehe ich den am besten mal hier damit er den Kopf verliert ich habe jetzt also jetzt liebe Fresser ich warte mit meinen Fressern ja wir sind die untot legion wir sind die untot legion wir sind ja sie fressen sich gegenseitig auf ja das ist so ist das Leben falls jemand hier durchkommen sollte ich weiß nicht ah Geld jo das hat ja recht gut geklappt okay wir müssen wir müssen wir müssen wir müssen hier einen hinsetzen so wir müssen nicht aber das läuft ja halt zurück ne schönes Menschen mit da mit dir sollen einsammeln bei Nuss wir haben überhaupt keine Verteidigung jetzt gerade hier oh man oh man oh man die zwei hier die sind ja besonders knuffig aber es macht ja nix Bomben sind ja da das muss ich halt essen ja das ist das letzte Essen was ihr esst oder auch nicht Bye und wir erhalten nochmal einen Pilz mit 25 hier Sonneninsignia wir haben schon über 1000 wie cool äh Skarret Skarum ne Long-Ranched Shooter Set Hits when Animes get near it also ähm sagen wir mal so dieser Pilz ist schüchtern und der wird zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert oder deaktiviert ähm glaube wenn die Gegner wie es hier steht näher sind dann schießt er ehrlich gesagt keine Ahnung wir haben Tür Zombies okay wir brauchen die wir brauchen die wir brauchen die Grabfresser muss jetzt nicht unbedingt sein aber wir brauchen die diesen das ist ja die hier oder und ja toll schon eine Bockwurst wir nehmen einmal die 200 mit ach nein wir haben die Hypno Maus nicht mit nein sie heißt einfach Hypno Maus jetzt bei mir dumm 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 ich bin so richtig dumm naja sammeln wir als Sonne schon mal ich warte jetzt kommt sie jetzt das stimmt sie kommen aber ich brauche mir hier einfach mal wieder was auf so werden wir das schon überleben es sind zwei Welten das ist doof das ist wies das ist unfair oh 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 das ist doof da brauchen wir doch völlig ein Grab Fresschere wäre doch völlig schlecht aber das macht er schon er hat schon ein Ärmchen verloren es ist nur nicht den Kopf verlieren so ich habe ja hier not enough fun ein Reepater 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 das klingt so komisch ja das passt oder auch nicht ja doch 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 das ist schon gut Sonne Sonne ja jetzt können wir nicht mal eine Walnuss bauen ey das ist schön eine Walnuss es gibt auch glaube ich noch eine höhere Walnuss ne mal erwähnt und wir warten bis dieser komische Freund hier hierher kommt ja man kann natürlich nicht auf Grabsteinen pflanzen 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 das geht nicht das schafft er jetzt nicht aber wir schaffen da schon was wir verschaffen hier eine Linie yes aha okay das war jetzt mehr als dumm von mir völlig gesetzt aber was haben wir denn hier noch zwei schaffen das schon passt und meine letzte Reihe hier gut das funktioniert doch sehr sehr gut oder erstaunlich das Spiel hat natürlich noch mehrere Ebenen das wird noch richtig richtig sexy und knuffig wie immer liebe Leute aber ich habe ja noch meine Kirschen ich muss nur damit aufpassen oh wieder eine eine Nuss für die Menschheit komm hier wie die Zombies alle fallen sie fallen und sterben oh da oben ist auch noch keiner naja dann macht ja nix okay hier fresst fresst es so jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen jetzt kommt nämlich die Welle ähm muss ich hier mal wegkriegen hier haha jetzt mach komm mach ihn weg jetzt kommt die Welle ahaha boah ich blass der ein jetzt kommt sie eine Welle natürlich kommt eine ganz ganz schlichte böse Welle sie ist so böse und fies naja gilt so funktioniert das doch René hm ganz easy ganz schnuckig sexy 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 perfekt ja die hauen schon rein aber der Football Zombie macht mir jetzt Angst dafür sind wir an die Kirsche wieder ok jetzt habe ich die Reihe voll ok das ist gut das ist gut 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 naja hier kann ich keinen Dinos senden aber die Dinos mach ich halt hierher hey mach den mal weg die Tür ist schon fast ziemlich litiert ok da kommt nochmal wieder eine die Dinos die Dinos machen wir hier nochmal ein haha 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 das war jetzt eigentlich gar nicht so doof gesetzt naja ich schaue ja richtig knuffig aus ne gefällt mir würde jetzt auch ganz gerne in der Nachbarschaft wohnen und so einfach die Zombies müssen sich auch mal denken äh also ja ist ja unglaublich ja ist schön noch so ein Zombiebilder besterb der und so jetzt hm so so da ist keine Nuss mehr nach 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 ہ